Sonntag 26. September 2021, Messe für Camille Rimmakle, Keralts Vater Camille sagte, nochmals Hallo, John. Ich freue mich, wieder mit dir zu sprechen. In dieser Vision siehst du eine große Kluft, und zwar nicht zwischen den Geimpften und den Ungeimpften, sondern zwischen denen, die an Gott glauben, und denen, die nicht an Gott glauben. Eure Mission, die Gläubigen zu ermutigen, in die Zufluchtsorte Gottes zu kommen, ist in Wirklichkeit eine Trennung zwischen den Gläubigen und den Nichtgläubigen an Gott. In den Zufluchtsorten werden die Engel Gottes die Gläubigen vor den Dämonen oder den bösen Menschen schützen, die versuchen, die Gläubigen zu töten. Nach der kommenden Warnung wird Gott seine Gläubigen zu seinen Zufluchtsorten rufen. Während der Bekehrungszeit müsst ihr Weg und alle lauwarmen Seelen in euren Familien evangelisieren. Nur die Gläubigen werden das Kreuz auf der Stirn erhalten, das sie befähigt, Gottes Zufluchtsorte zu betreten. Betet weiter für alle Seelen, die sich von Gott entfernt haben, dass diese Zeit der Bekehrung ihr Weg zur Rettung in Gottes Reich sein wird. Ich freue mich auf den Tag, an dem ihr alle in den Himmel kommen könnt. Übersetzt mit www.dpl.com Slash Translator Kostenlose Version